Er wird nur einmal gewaschen. Ich habe noch ein bisschen Farbe an den Fingernägeln. Unsere tollen Küstlerinnen-Crew, der Rip-off-Crew. Hey, jetzt wollen wir aber das Ganze haben und wollen das schön haben. Können Sie es nicht woanders zum ersten Mal machen? Ihr macht das ja wirklich nicht nur Luftschlösser bauen. Ein riesen Turm, der bemalt wird und Strom produzieren soll. Das kann doch nicht sein, wer finanziert das? Wenn wir den Menschen in die Augen schaut haben. Energiegemeinschaften. Der Turm selber wird dann zum Dorf gekauft werden, dass die Menschen Lust haben, auf die man schützt. Wir machen ihn zu eurem Turm, zu Wahrzeichen der Zukunft.